Was für ein Intro! Also, hallo, Herr Spicker, zu einem Let's play together, ja? Ich bin hier der In-Game-Chipitz, YouTube-Debalato und Real-Life-Luca. Der hüpfende Irgendwas hier. Ja, mein Name ist Bertl oder auch Sven. Endlich funktioniert hier mal was nach dem siebten oder achten Start. Tausend. Wo geht das? Ja. Ja, ich bin der... So, mach weiter. Der hier irgendwie in die Ferne gucken, der und keinen Fall von irgendwas haben, der Michi Zero. Stell dich auch mal noch kurz vor. Ich bin der In-Game-Michi Zero, YouTube-Mr.Epic-TV und Real-Life. Niemand? Nein. Michael oder Michi? Du heißt Michi. Michi, ja, und ich hab bleiche Haut. Ja, und hier die In-Game-Namen. Oh, Vampir. Edward, oder? Au, hey. Hey, ich hab' Knochen. Wie groß der Knochen ist? Okay. Hier ein Dirtblock. Ja, erst mal schön starten. Ja, ich würd mal sagen, wir starten einfach mal. Ich hab' grad' falschen Knopf gedrückt und hab' kurz die Aufnahme gestoppt. Egal, gibt's ne kleine, gibt's ne kleine Cut. Läuft sie wieder? Ja, sicher. Okay, passt. Ey, das nehmen wir frei alles auf. Also, wenn irgendjemand dann mal auf uns alle stößt und sich dann alles anguckt, dann denkt man sich was für ein Fehler. Die größten Idioten überhaupt. Versuchen zusammen den Play zu machen und kriegen's überhaupt nicht gepackt. Weil ich hätt' mir aufnehmen müssen, wie ich versucht hab' meinen PC anzukurbeln. Also, es funktioniert hat eher, wir denken beide immer das Gleiche. Hallo? Es leckt grad' irgendwie. Es leckt? Also, bei mir leckt. Na, jetzt geht's. Ich geh' mal in den Baum fällen. Ich auch. Ja, wir sind hier in einer wunderbaren Gegend gestartet. Bisschen Zungel, Schneelhaft und Wüste. Und Sumpf. Ja, ja. Ich möchte anmerken, damit ich der Jüngste bin mit Abstand. Bei den anderen konnten wir noch nicht ermitteln, wer der Ältere ist. Jetzt ist die Frage, welches Profil ist gemeint. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist schon lange. Ich kann dir sogar Cobblestone geben und noch Sticks und das da und das da. Noch eine Holzbezäcke habe ich noch. Okay, Texte-Repack und so ist in der Beschreibung. Ich muss mal kurz mein Headset rausziehen, weil ich schon wieder nichts höre. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich hoffe, dass es am Anfang hat geklappt, dass mir irgendwie alles aufgeführt wird. Ja, herzlich willkommen. Hey, du sperrst mich aus. So, was habt ihr denn bis jetzt hier gemacht? Hier könnten wir eigentlich unsere erste Wohnung so, also die erste Übernachtungspude hier bauen. Ja, hier haben wir echt eine Steiler-Weging gebaut. Da baue ich mal mein Zimmer aus. Ich will auch ein Fenster haben. Ich will ein Fenster. Ich will ein Fenster haben. Boah, ich bin Genie. Ich will genau 64 Flasster steigen. So, jetzt noch. Also, dann bauen wir doch mal hier rein. Ich hab kein Fenster, aber nicht. Weil du noch nicht da warst und noch kein eigenes Zimmer hast. Oh, und du gräbst im Flasster. Der hat hier richtig Fenster in der Decke. Das ist cool. Das ist das beste Zimmer. Das ist auch cool, ja. Ich will dein Zimmer haben. Ich muss hier noch eine größere Decke. Wir sind ein leicht chaotischer. Ja, wir müssen die Decke noch einziehen. Ja, wir sind chaotisch. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange wir gebraucht haben, bis wir überhaupt mal irgendwas zum Laufen gebraucht haben. Drei Stunden. Ne, warte, eineinhalb Stunden. Dann hat zwar zuerst einfach mein Aufnahmenprogramm perfekt funktioniert, aber irgendwie keine Audiotöne-Spur mit aufgenommen. Also irgendwas hat überhaupt nicht gepasst. Dann hat mein Programm endlich mal Audiotöne aufgenommen. Allerdings, wir starten. Herzlich willkommen. Und ich drück auf Aufnahme und plopp, ich bin weg. Du hast jetzt nachher herzlich willkommen auf Aufnahme gedrückt? Nein, aber das hat's noch mit aufgenommen. Okay. Ja, es hieß, herzlich willkommen, plopp. Okay. Ich mag mal Zimmer, ich hab kein Fenster bei Licht. Kleines Fenster. Und die Sonne geht ohne. Wir haben keinen Peil, wir haben keine Nahrung gesucht, haben uns nur irgendwie bekloppt in den Boden gegraben. Leute, wir haben's echt drauf. Also für die, die sich vielleicht bei mir beschweren, damit es zu dunkel ist, ich hab auf Brigitte, Brigitte eingestellt. Brigitte? Hast du extra eine Brigitte eingestellt? Ja, die sind... Brigitte, mach mein Bett. Brigitte, bau meine Haus. Ich spiel nämlich wirklich gar nicht, das ist Brigitte. Geh, Brigitte? Brigitte, geh mal farmen, ey. Brigitte, hol mal Nahrung. Brigitte, jetzt für hinten steckt Diamanten. Okay. Wir haben Lichter wie Null drin, also wir können ziemlich viele Zombies aufspawn. Oh, verdammt, stimmt, da war mal was. Haben wir eigentlich schon... Nein, wir haben noch nicht mal Kohle. Wo ist Kohle? Ich grab mich hier runter und suche nach Kohle. Warte, nein, guck mal hier in meinem Zimmer. Ja, gute Idee. Ich baue der Wald hier unten einen Boden rein, weil so ein Boden ist immer wichtig. Dann sollst du runtergraben, ich kann nur nichts sehen. Okay. Tja, Leute. Ihr werdet keine Holz und haben, ich schon. Da hab ich irgendwie blöd runter. Ich hoffe, ich komm wieder hoch. Hallo? Oh, hier haben wir's noch Krafting-Tabell. Geh nicht in das Loch, du fällst tief. Das kenne ich irgendwo her. Geh nicht in das Loch. Nein, jetzt werden wir nicht so. 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 Ich hab Kohle! So. Und der erste Tote. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Sag mich so, ich hab gegen das Skelett und eine Spinne gekämpft. Sag ich doch, mit Absicht gemacht. Oh, so eine Spinne kommt halt noch durch mein Fenster durch. Verdammt. Ich hab auch... Hilfe! Hilfe! Ich hab bald ein Level geschafft. Also, wir haben immer noch Level drin, aber irgendwie spawnen hier nix. Ich find's voll cool. Ich bin grad voll begeistert, hier einfach nichts passiert. Ich hör'n Enderman. Ich hör'n Enderman. Ich glaub, ich bin in der Nähe von der Höhle. Jo. Ich bin grad auf, den Weg holen zu holen, oder so einen Weg. Ziemlich wie eine Skelette. Tja. Holt ihr schön Kohle? Ich bau dabei mein Zimmer aus. Wahrscheinlich, wir kommen zurück und sind immer komplett fertig. Einer aussteht euch. Wo ist der Enderman? Nein. Nein! Meine Spitzhack ist kaputt. Ich muss nur mehr hochkommen. Wo ist denn die Kohle hier? Gänse alleine. Ich hab' schon zwei Stacks Kohle. Zwei Stacks. War'n Scherz. 22 Stück. Ich muss sagen, hier waren ganze vier Kohle. Es regnet. Ich kann den Plasterstein nicht einsammeln. Und dafür bin ich gestorben, nur um Kohle zu holen. Oh mein Gott, es leckt. Jetzt nicht mehr. Mein Gott, es leckt immer noch. Wir haben ja übrigens so einen kleinen Server. Wir brauchen keine Kohle mehr. Also, wenn ihr auch drauf wollt, macht doch mit. Einfach in die Kommentare schreiben, wo ihr wohnt und kein Problem mit mir dürft mitmachen. Einfach in die Kommentare. Kontonummer. Liedkartennummer. Ja, und am besten noch den Kontostand regelmäßig aktualisieren auch bitte. Weil, oder am besten einfach nur die Leute mit, also wir nehmen nur Leute mit Online-Banking auf. Jo. Ich hab' auch meine Banken. Ich brauch' ne Fackel. Ich auch. Hier steht eine. Wo sagt eine Fackel? Boah, eiskalt die Fackel. Ich leucht' mal aus. Alles ja, aus. Ey, wo bist du? Hast du mich runter? Ist doch mal ne schöne Wohnung. Also, zumindest mein Zimmer ist. Ich mach' mal ne Kiste. Und es schneit vor meinem Fenster. Ui. Es schneit, es schneit. Oh. Ach. Und schon eine Tür. Ha. Dann... Ich hab' mal ne Kiste gemacht für alles. Perfekt. Sowieso. Bertel Sainz. Hey, jetzt Cola. Doch, auf die Tür. Brauche ich hier wieder Holz. Schönes Zimmer. Schönes Zimmer. Schönes Zimmer. Nanananananana. Michi Sainz. Und... Moment. Mir fehlt der Balken. Mensch. Luca. du hast deinen namen vergessen ich habe doch nicht deinen namen vergessen ich habe letztes in lol habe ich einen schweden getroffen der olaf heißt ich habe dazu geschrieben wiki und er so yes einmal wiking hast du den zimmer schon eingerichtet ja ich suchte es von der geistenspiele überhaupt ich check das nicht ganz habe ich am anfang auch nicht ich habe eine höhle gefunden werden mit der kunden kommen der schlägt nicht da war ein zombie ich zumachen du hast schon dass diese Türen einreißen können oder und wir haben hier dritten keine crafting box umrufen ich muss mal welcher Spierigkeitsgrad spielen wir? wir sind verloren welcher Spierigkeitsgrad spielen wir? ich habe mit der Holzangst kaputt entschuldige ich habe dich geschlagen welcher Spierigkeitsgrad spielen wir? äh keine ahnung gute frage ich glaube auch allen auf einfach also ich habe ja könnt ihr es nicht kaputt machen können wir auf hart kaputt oder auf normal ich habe es nicht verändert ich habe einfach nur auf Startserver geklickt und dann ja das ist auf eins gestellt das ist dann ach weißt du was wir können auch einfach auf hart stellen guck nee hör auf das ist zu viel ich denke mal auf normal auf jeden Fall ah ist wahrscheinlich schon auf normal so und dann oder geht es nur bei zack zack es geht nur bei Eimer Mist da kam kein Haus um raus Michi? Jo? Bärst du? gerade dran ja das Bärst du? ey ich habe geholzt mehr Junge Eins Zwei Ich auch nicht Du brauchst deine Angst Eins Aber was mache ich? Ich gehe jetzt ins Trippminein Ich gehe ins Trippminein Äh? Ich gehe ins Trippminein Ah Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Vor Hm Mach mal fünf vor Hm Eins Zwei Drei 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 Drei